Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. Heute als erstes Survivor, nachher wird dann die Killerrunde kommen. Wir haben eine Daily Quest. Daily Quest ist ganz einfach, wir müssen entkommen und jeweils ein Item mitbringen. Eben einmal habe ich es schon geschafft, jetzt habe ich das Nimmste auf und dann gucken wir einfach mal wie das klappt. Wir werden erstmal ein paar Generatoren erledigen und suchen uns eine Kiste, deswegen habe ich wie immer eigentlich einen Kistenpack mit und da verkacke ich den Generator. Nice! So, mal gucken welchen Killer wir haben. Und ja. So, Killer jagt jemanden an und dann können wir in Ruhe den Generator hier anfertigen. Oder vollständigen, sagen wir es so. Sollte alles kein Thema sein. Dann kommt, nachdem oder bevor die Killerrunde kommt, noch ein drittes Video. Heute. Ist ein ganz nettes Spiel, was wir da gespielt haben mit einem guten Jan. Nennt sich WeWe're Here. Und da haben wir einen Disconnector. Nice! Wunderbar. Ehrenloses Stück Scheiße. Oder Fehler. Aber da, dass er gerade erst umgeklatscht worden ist, glaube ich nicht Fehler. Also da hinten ist der Fallensteller. Deswegen, wir müssen aufpassen. Und gucken wir mal, was wir hier so finden. Okay, da hinten wird jemand gejagt vom Trapper. Ist das überhaupt der Trapper? Ich glaube ja. Ja, müsste er sein. Wir haben eine halbwegs vernünftige Taschenlampe gefunden. Dann helfen wir hier beim Generator. Das ist auch wunderbar. Dann hätten wir den zweiten. Und die Taschenlampe würde ich sogar gerne mitnehmen. Ich mag die Taschenlampen in dem Game. Kann man gerne mal die Killer mit auf die Palme bringen. Das heißt, der Killer ist nicht bei uns. Dann kann ich hier weitermachen. Oh. Na, respektierst du? Ja, komm. Dann machen wir noch eine Killer-Blendung hinterher, die ich verkackt habe. Recht schade. So, jetzt ist er blind. Wunderbar. Die Taschenlampe hat noch genug Energie. Oh, da ist er. Ach, leck mich. Hier drüber. Einen kleinen Sprintbooster abkassieren. Durch Flink. Und mich dann verpissen. Da sieht er den nächsten. Unlucky. Aber gut. Ich will den Generator hinkriegen hier. Hi. Ah, gefailt. Verpisse ich mich mal von hier so. Weg von dem Generator. Das Problem ist, jetzt haben wir nur noch drei Generatoren, die wir machen müssen. Einmal den da hinten, den wir versuchen die ganze Zeit. Da hinten müsste einer sein. Und da ist noch einer. Gut. Das Problem ist, die drei Generatoren sind recht nah beieinander. Ich würde mal gerne gucken, was in der Kiste da noch ist. Das ist recht interessant, vielleicht. Ein Medikasten. Daneben. Flink ist aktiv. Wunderbar. Wurde auch getriggert. Sehr schön. So, angetäuscht, als ob wir über das Fenster und dann in den Schrank gegangen. Mal gucken, ob er drauf reinfällt. Nein, der kommt gar nicht erst hier hin. Das ist gut zu wissen. Wir müssen immer noch auf die Fallen achten des Fallenstellers, ne? So, dann komme ich meinem Maid mal hier zur Hilfe. Umso schneller ist der Generator fertig. Und der andere wird wieder gejagt. Das ist super. Der eine lenkt ab, die andere machen den Generator. Schönes Teamwork. Und der letzte Generator ist fertig. Da müsste... Dein Ernst? Da oder da müsste die Tür sein. Ja, hit me. Ah, und Sprintboost. Und Falle. Ich habe noch gesagt, wir müssen auf die Fallen achten. So, jetzt muss ich mich konzentraten. Haben wir's. Sehr schön. Ich muss da hinten zu dem Ausgang. Hör auf, mich zu heilen. So, Hit und ich bin... ...nochmal schön entkommen. Das war eine wunderschöne Runde. Und wir haben Teil 2 der Quests eingehalten. Jetzt fehlt uns nur noch ein Item. Mal gucken, ob wir das die Tage machen. Oder ob ich das gleich noch machen werde. Auf jeden Fall... ...haben wir... ...16.000 Punkte gemacht. Ein Item verdient. Und haben die zweitmeisten Punkte. Joa, ist doch nicht schlecht. Trotz Disconnect haben wir's geschafft. Nurse Crawling, Whisper. Brutale Stärke. Und Eisener Griff. Nicht schlecht, die Perks. Joa. Ach gut. Dann sehen wir uns später entweder in der Killer-Runde. Oder ihr guckt euch das Video an. We were here, Part 1. Es gibt zwei Parts morgen. Sollte Part 2 kommen. Ich wünsche euch dabei schon mal viel Spaß. Haut rein. curved ... broad ...